Heyo und willkommen zu einem weiteren Morisis-Schwarzmarkt-Positionsvideo in Borderlands 3. Wir befinden uns auf der Zone Carnivora. Diese Zone befindet sich auf dem Planeten Pandora. Ihr werdet sie relativ früh in der Story eigentlich erreichen. Wobei, nee, es geht, stimmt, Carnivora kommt erst später. Und die Zone ist relativ groß. Wir müssen zum Glück nicht durch die ganze Zone. Sondern wir müssen nur nach hier vorne. Und zwar, um genau zu sein, hier in diese Kurve. Und dann haben wir da schon Morisis-Schwarzmarkt. Wir gehen natürlich einmal hin. Hier ist einmal die Schnellreise-Station. Einfach, bin hier jetzt einfach gespawnt. Und wir rennen hier jetzt einmal durch. Diese Woche im... So, bitte gehen wir kurz nach, kriege ich Move-N-Speed. Diese Woche gibt es einmal The Sickle, The Conference Call and The Flood. Als Waffen. Das heißt, wir haben einmal ein Sturmgewehr, ein Vladiv-Sturmgewehr, ein Hyperion Shotgun und einen Jacobs Revolver. The Flood hat die Angewohnheit oder die Besonderheit, dass er... Ah, guck mal, hier sind wir schon da. Zack, wir sind also hier. Ich kliere mal kurz ein bisschen die Gegner. So. Gehen wir mal eigentlich auf den Sack. Noch wer. Perfekt. So. Jetzt sollten wir alle haben. Also, wir haben hier einmal... Sackle. Einmal... Einmal... The Conference Call und einmal The Flood. Falls... Ein bisschen Verwirrung entstanden ist. Es gibt immer drei Waffen. Euer Menü kann allerdings natürlich anders aussehen als meins. Ne? Es kann sein, dass ihr dreimal Sackle habt. Dreimal... The Conference Call. Dreimal Flatt. Ihr habt also immer neun Waffen. Die teilen sich aber random unter den dreien auf. Rein theoretisch könnt ihr also auch siebenmal Sackle, einmal Conference Call, einmal Flatt haben. Wenn ihr den Wender farmen wollt, denkt dran, nachdem ihr mit ihm interagiert habt, die Zone verlasst oder das Spiel bzw. das Aufhinein geht, ist der Wender für eine gewisse Zeit nicht da. Nicht wundern. Ich weiß nicht, wie lange genau er nicht da ist. Er ist auf jeden Fall eine gewisse Zeit nicht da. In der Zeit könnt ihr dann am besten Geld farmen oder so. Ich empfehle euch definitiv, je nachdem was ihr für ein Bild habt, die Conference Call. Flatt ist einfach nur lustig, weil es eine Jacobs Pistole ist, die man durchdrücken kann, also die du gedrückt halten kannst und dann ballert der dir die zwölf Schuss also so raus. Die Conference Call kann ich empfehlen, wenn ihr ein Shotgun-Bild fahrt. Solide Waffe. Gleiches gilt für die Sickle. Wenn ihr ein Shotgun-Bild habt oder gerade eine Waffe braucht oder die Sickle einfach haben möchtet, Sickle ist definitiv eine solide Waffe. Must have ist sie meiner Meinung nach nicht. Definitiv aber eine Empfehlung von mir für Sickle und für den Conference Call. Flatt ist lustig, brauchen wir aber nicht. Wenn ihr sie haben wollt, gönnt ihr euch und ihr das Geld habt. Ansonsten würde ich eher zu Sickle oder Conference Call tendieren. Das soll es auch schon gewesen sein. Nochmal kurz zur Erinnerung. Wir befinden uns auf Pandora, auf der Zone Carnivora und sind hier Spawn-Man mit der Schnellreise und sind direkt hier. Das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns nächste Woche. Haut da rein.